Für mich ist es entscheidend, dass ich konstante Leistungen zeige. Ich habe die höchsten Erwartungen an mich selber und das leitet mich eigentlich durch eine ganze Karriere. Ich bin seit acht Jahren jetzt bei den Rhein-Neckar Löwen, bin in der Rückraummitte und bin eigentlich verantwortlich für den Angriff, dass unser Spiel gut läuft. Man kann nicht Titel planen, keine Siege planen, aber man kann seine eigene Leistung planen. Und die SAP Sports One App kann mir da natürlich wichtige Daten liefern, also für die Vorbereitung, für die Spiele. Ich kann in jeder Alltagssituation das Handy kurz hervornehmen, kurz mir ein paar Spielszenen anschauen, was der Trainer mir vorab geschickt hat. Also ich weiss eben, was haben wir zu spielen, wie wird der Gegner reagieren, wenn wir das spielen, dass mich nichts überrascht. Also ich möchte einen guten Mix finden zwischen vorgearbeitet sein, zwischen alles Wissen und zwischen Intuition. Und deswegen ist diese Hilfsmittel unglaublich wertvoll. SAP ist für uns ein Technologiepartner, der uns jetzt mit Sports One eine Plattform bietet, die uns einen riesen Wettbewerbvorteil bietet und von daher ist man sehr, sehr stolz auf diese super Zusammenarbeit. Wir haben den riesen Vorteil, dass jede einzelne Abteilung, ob das die medizinische Abteilung ist, das Trainerteam, auch das Umfeld, Geschäftsstelle, dass alle im Endeffekt mit einer Plattform arbeiten. Früher hat jeder seine eigenen Excel-Tabellen gehabt, jetzt gibt es eine Plattform, wo alles eingepflegt wird. Jeder hat Einblick darin und so können wir auf kurzem Weg Daten austauschen und können viel schneller arbeiten. Man kann die Belastung steuern, dass man vielleicht mal sieht, eine Woche, die vielleicht ein bisschen zu hart trainiert wurde, gab es Muskelprobleme danach, dann baut man das Training dementsprechend ein bisschen um. Gerade Krafteinheiten, also dass man Vergleiche hat, die Spieler vor der Vorbereitung, nach der Vorbereitung, wie haben sie sich im Kraftbereich entwickelt, wie verletzungsanfällig sind Spieler. Wir haben komplett alle Verletzungsdaten archiviert. Die Stärke, die wir jetzt haben, dass wir alles auf einer Plattform haben, nicht nur für die Bundesliga-Mannschaft, auch für den Unterbau. Damit gehen wir jetzt voran und von daher glaube ich, dass wir die Daten, wie wir jetzt erfassen, dass uns die in fünf, zehn Jahren unfassbar weiterhelfen werden. Die letzten drei Jahre haben gezeigt, was wir für ein Erfolg hatten. Wir sind zweimal Deutscher Meister geworden, Pokalsieger und den Weg wollen wir weitergehen. Wir haben alle Voraussetzungen, die man braucht, um weiterhin Erfolg zu haben. Man muss auch ehrlich sagen, dass wir ohne SAP wahrscheinlich diese Erfolge nicht feiern könnten. In zehn Jahren werde ich zurückschauen und dann kann ich stolz erzählen, dass ich das als Erster ausprobieren durfte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.